Speising ist ein Bezirksteil des 13. Wiener Gemeindebezirks Jitzing und eine der 89 Wiener Katastralgemeinden. Geschichte Die erste urkundliche Erwähnung von Speising erfolgte 1365. Damals schenkte Herzog Rudolf IV. der Wiener Propstei St. Stephan die Herrschaften Speising und Leins. Wegen der relativ ungeschützten Lage der Ortschaft hatte die Bevölkerung unter den Kriegseinwirkungen besonders während der ersten Türkenbelagerung 1529 sehr zu leiden. Am 1. Jänner 1892 wurde Speising gemeinsam mit mehreren anderen Vororten als 13. Bezirk Jitzing eingemeindet. Allgemeines Nach der Eingemeindung setzte große Bautätigkeit ein. Viele Häuser mit Garten sichern bis heute einen hohen Anteil an Grünflächen. Auch die Spitäler, die Rothschild Stiftung Neurologisches Zentrum Wien an der Grenze zu Speising in der Katastralgemeinde Rosenberg und das orthopädische Spital Wien Speising sind von Grünanlagen umgeben. Für die Rothschild Stiftung wurde eigens eine Fläche der damaligen Nachbargemeinde Mauer nach Wien eingemeindet. Da der Stifter das Spital in Wien errichten lassen wollte. Das erste Schienenverkehrsmittel, das Speising erreichte, war die 1860 erbaute Verbindungsbahn. Sie verbindet die Stationen Wien-Hütteldorf und Wien-Penzing an der Westbahn mit der Station Wien-Meitling an der Südbahn. Die heute auf der Strecke verkehrenden Schnellbahnzüge der über Wien Hauptbahnhof geführten Linie S60 bedienen die Haltestelle Speising, die auch das benachbarte Leins erschließt. Der Güterverkehr auf der Verbindungsbahn wird seit der Inbetriebnahme des Leinsertunnels am 9. Dezember 2012 teilweise in diesen verlegt. Ab 2014 werden auch Fernzüge der Westbahn, die auf die Ostbahn übergehen sollen, wie etwa Züge zwischen Salzburg und Budapest, nicht mehr auf der Verbindungsbahn, sondern durch den Leinsertunnel geführt. Speising wird von den Straßenbahnlinien 60 und 62 durchquert. Am westlichen Ende der Hetzendorfer Straße befindet sich der Betriebsbahnhof Speising der Wiener Linien. In der Bergheidengasse 5 bis 19 bestehen eine höhere gewerbliche Bundeslehranstalt für Tourismus und eine höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe. Auch das Jitzinger Hallenbad an der Atzgastorfer Straße und die Invalidenhausgirche im Nordosten des Bezirksteils gehören zu Speising. Medien Über lokale Ereignisse in Speising und im benachbarten Bezirk Steilmauer und Umgebung sowie über ostgeschichtliche Themen berichtet die monatlich Erscheinende Mauer Zeitung, die im Rahmen eines langjährigen Schulprojekts vom Liesinger Schulverein initiiert und herausgegeben wurde. Heutiger Herausgeber ist der Verein zur Förderung der Kommunikation in Mauer und Umgebung. Die Lokalzeitung hat eine Auflage von 30.000 Exemplaren und wird unter anderem von örtlichen Geschäftsleuten sowie vom WWFF gefördert. Der Verein zur Förderung der Kommunikation betreibt seit 2006 für den Nachbarbezirk Steil die Internetpräsenzmauer online, die unter anderem einen Online-Zugang zur Mauerzeitung beinhaltet. Seit 2008 betreibt der Verein auch die gleichgelagerte Internetpräsenzspeising online, die ebenfalls über lokale Ereignisse und Veranstaltungen informiert. Bildergalerie. Punkt 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 Untertitelung des ZDF, 2020